Eine einzige Kerze müssen wir ausblasen, aber die ist genau so weit entfernt. Eine Armlänge. Was macht ihr in dem Tiefluft? Du hast aber nicht in so einem breiten Luftstrom, sondern ganz fokussiert auf den einen Punkt. Das ist der Kluft, ne? Klarinetten. Guck mal unten, da steht Alternative zweite Stimme. Wollt ihr das hinkriegen? Wollt ihr das hinkriegen? Wollt ihr das hinkriegen? Wollt ihr das hinkriegen?